Wer das Spiel Monopoly versucht hat, kann von dessen Suchtfaktor berichten. Jetzt gibt es vom legendären Spielbrett eine Ausgabe mit ganz neuen Ansichten. Am 29. Oktober wurde im Spiele-Museum Chemnitz Monopoly Erzgebirge vorgestellt. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft kommt es in den Handel. Im Programm des Kabeljournals, das Medienunternehmen ist mit einem Geld auf dem Spielbrett vertreten, wird Monopoly Erzgebirge noch ausführlich vorgestellt. Bis dahin kann man sich im Internet unter www.monopoly-erzgebirge.de informieren.